da bin ich wieder und das ist mein Klammercape kriege ich hin komisch jetzt auf einmal kann ich was kaufen aber diesmal eine Quornaga Juggernaut, Medusa in der Mitte, oh ja Ember Spirit ist schon besser und das ist alles besser und das ist alles besser Ich bin ein Klammer mit dem Klammer Ich habe ja genug. Und ein Ort. Manchmal weiß ich nicht, was da los ist. Ob das an meiner Maus liegt. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Qua Naga. Jugmister. Hoffen wir mal, dass Amber die Lane plattmacht. Hallo? Wankful hat auch noch. Okay. Juggernaut und I.O. Woa. Woa. Dang. Oh, okay. Oh, shit. Da ist er schneller. Aber wir haben Forest Blood. Von daher ist das doch schon mal. Oh, und ich habe eine schöne Rage. Hm. Hm. Guck mal her, Ayo. Ah, der schon wieder. Leck. Nicht gut. Ich brauche mal Level 2, um den von mir fernzuhalten. Das ist das Problem. Rage ist gestorben. Wo ist Ayo hin? Das Jugger, bei dem kann ich nicht wehtun, weil der da in den Spin geht. Irgendwöhnlich. Hätten wir jetzt einen Bloodseeker. Wäre doch schon was anderes. Was? Beware the clouds! Yes. 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 That way. Io ist all out of healing fuck man Sicher, jetzt bin ich's. Außerdem was brauchst du? Hä? Oh shit, man. Dang it. Naja. Das dachte ich mir schon. Das Problem ist, ich hab nicht mehr... Alter, ernsthaft? Ich bin zurück in die Behandlung. Du hast Toptar ist unterteilt. Oh, Lord! Stryker, geh! Was ist denn? Ah, shit, man. Das ist nicht gut. Warum ist der? Wir müssen zuerst IO killen. I'm waiting for the Sauerliner, okay. Ja. Ja. Das ist so nervig, dass IO so einen Boost gibt. Das ist so nervig. Ich hab hier auch grad nicht, warum der... Das ist so nervig. Das ist so nervig. Level 7, schön. Wir haben bestimmt... Timber ist Level 4. Wieso ist er denn erst Level 4? Ich hab ja selbst ich geschafft. Ja. 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 Okay. Also jetzt kann sie auf jeden Fall schon mal nicht mehr weg, zumindest für einen Moment. Oh, 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 oh. Das ist natürlich klasse. Natürlich will das Embers Schuld. Kull Tower ist unter Attacken. Kull ist bei meiner Coin. Fli Advertrauen. Congratulations! Storben Sie! Look at how invulnerable Dyer's towers are. Was er Kullcraft? Mid Tower taking damage? Nothing to my madness! Your Mid Tower being destroyed is part of the- Undercraft! Ja, jetzt kann ich mithelfen. Immer noch zu spät, aber... Warum bin ich denn jetzt so low? Hm, dann ping doch! So, hören wir... Das war's für heute. Ja, dasselbe hier, aber es ist ja... Was denn? Ja, das ist ja... Auf jeden Fall der Fleaing Ward. Und ich sterbe gleich einfach zum Medulas Passiver. Das ist wunderbar. Ayo hat nen Gem. Schön. Warum? Weil der einfach nicht tot zu kriegen ist. Okay. Ich geb zu, dass wir nicht den optimalen Start hatten, aber so muss das nicht ausarten. Timbersaw, wieso kann der nicht überleben? Und Ricky als Core ist natürlich wieder voll für nen Arsch. Oh mein Schornmann. Oh! Oh mein Schornmann! Sosier Schlosser! Oh du bist der Anastort. Blatt! Du bist der Anastort. Was ich in meiner Luftmahlung? Kussiert. Oh, du bin Mann. Oh mein Herr, der Anastort war nicht. Das ist mein Scheiß-Right-Click ja stärker, was soll denn das eigentlich hier? Ich gehe erstmal auf die Suche nach Wards. Aber so wie es aussieht, haben die keinen. Nahe gehabt, ein Diffusal-Blade, schick! Oh man! Oh man! Hm. 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 Oh great! I was standing there for my death. Yeah, I was in the song and had to sleep because Naga was there. Yeah. Ja. Was ist das? Ich weiß nicht was ich sonst noch machen soll, es ist einfach lächerlich. Was ist das denn für ein mieser Scheiß? Jedes mal krieg ich nicht... Das ist einfach... Ja! Hurry up! Fastly! The butman drood I ride! Under rules! Go! End in! Your two arcs are being fired upon. Your top arcs are being fired upon. Feed a foot! You want to play IO lane? I bet you would feed too. Wow! Und das fängt ja genauso genial an wie das letzte Mal. So, I'll oof. I guess we will die. Come on. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. so lächerlich ist einfach lächerlich